Hallo und herzlich willkommen auf Kaliber 80 Leute. Ich werde für euch heute Super League Team of the Season Spielerpack öffnen. Aber davor Leute bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Und ab geht's. Unfassbar, unfassbar ziehe ich den Bardakchi Alter. Naja, immerhin SPC Futter. Was willst du machen? Den schlechtesten. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal Leute. Ciao, ciao.